Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play BattleBlock Vierter mit mir, Erich von GameforGames.hd und dem Mike im TS. Hallo, hallo. So, wir machen weiter bei Level 57. Und ja. Bitte, bitte, komm, komm, gib Gas. 24% ist das Felt schon für die anderen 17%. Oh, Mann. Huf, Scheiße. Oh, Scheiße. So, komm, Gas. Die Bade läuft so ein bisschen, muss ich sagen. Die Filter müssen hier fertig werden und überleben meine ganzen Bewohner auch, weil jetzt ist es schon bei zwei Häusern schon das Essen weg. Und Safire would aber kein Essen mehr. Oh, Gott, jetzt fangen die Leute schneller zu hungern. Scheiße, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. 60% hat eine Filter, andere 63. Oh, nein. Oh, nein. Ich glaube, drei Leute werden sterben. Ja, der erste ist schon tot. Der zweite ist schon tot. Starvation. Nein. Oh, fuck. Und da ist der dritte tot. Also zumindest die Kinder sind gestorben. Die Erwachsenen leben noch. Aber vier sind sogar gestorben. Hey. Guck mal, aber im Winter mal gut über... Aber im Winter mal gut über... Oh, Gott, der fließt. Nein. Du scheiß Ding, du. Oh, Gott, der sechste. Oh, oh. Oh, oh. Da. Gar nicht gut aus gerade. Ja. Wir auch nicht. Ja, 5. ist tot. Was kommt da rüber, du scheiß Ding? Der sechste ist tot. Oh, sch***. Nein. Nicht schön. Gar nicht gut. Das ist echt gar nicht gut, Alter. Ja. Oh, Gott. Ja, die Erde wird reingebracht. Nein. Scheiße. Oh, die nächsten sind immer. Die nächsten zwei. Hol, hol. Hol, hol, hol. Hol, hol, hol. Hol, 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 hol. Hol, 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 hol. Schnell! Nein, der siebte! Oh Alter! Achte! Oh Gott! Das nächste Haus am Ungarn! Oh Gott! Deine ganze Bevölkerung sterben! Und weißt du, warum? Weißt du, wodurch das passiert ist? Weil die gerade eben nur ein Feld eingebaut haben, obwohl ich genug Farmer drin hatte und dass die das zweite Feld auch noch locker hätten bewirtschaften können. Nein! Fuck! Ich stelle mir die ganze Zeit. Ja Michael, deine Schuld würde ich sagen. Boah! Ich hatte das Gefühl, dass diesen Winter wieder eng, eng, eng mit in die Nahrung. Bei dir zuhause, oder was? Ja, klar, bei mir zuhause. Ohne Scheiße! Der Winter ist doch nicht mal angefangen! Oh! Shit! Ja! Okay! Okay! Die Bevölkerung würde sterben! Oh Gott! Ja, ohne Scheiß! Die Fäller waren abgeerntet! Der Winter ist angefangen und mein Lager war schon leer! Oh Gott! Ich hätte niemals im Leben mehr so rein! Oh Gott, was zocke ich denn jetzt? Was? Ich mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich zocke mal Battle Block Theater! Was? Gar nicht, du Homo! Ja! Ich mache The Forest weiter! Der hat gerade so schön angefangen! Oh Gott! Also es könnte sein, dass ich so ein paar Schreier loslasse jetzt, ne? Ja, alles klar, ne? Äh... Du, was du nicht lassen kannst, würde ich sagen! Hm? Du, was du nicht lassen kannst! Jo! Die Katze weg, Juhu! Du hattest selber deaktiviert, ey! Homo! Alter, wenn... Alter, ich schwöre nicht! Ich hasse das Kind! Dann immer so ein... Typischer... äh... Dingens... Kannibale, der auf einmal hinter dir steht! Weißt du? Und du mit den fetten Holzblöcken da rumrennst! Wann mal! Steht hinter dir! Äh, äh, äh! Oh fuck! Bam, Jungen! Ey, Alter! Nächstes Level! Wann jetzt? Okay, da hast du das gerade erledigt, das Essen ist fertig! Und ich nicht! Ich bin dann kurz weg, ne? Viel Spaß noch in der Aufnahme! Jo, danke! Ciao! Endlich, ne? Na, ich war's dann! Ach so! So! Bam! Aber wie komm ich denn da hinten? Oh shit! So! Jetzt noch mal hier! Boah! Knapp wie knapp, ey! Würde ich sagen! Ne, warte mal! Hier nicht! Ne, warte mal! Ne, warte mal! Irgendwas? Ich bin grad voll mega unkonzentriert! Ne, da hinten war nix mehr! Alles klar, ja dann! Da war nix mehr! Also muss ich dann... Ach so! Ich muss doch wieder da runter! Ja, geil! Alles klar! Ich bin grad mega Brain AFK gewesen! Sorry! Alter! Was tu ich hier grade? Ich weiß nicht, was ich grade hier mache! Was tu ich hier grade? Ich... Ich mach nur ganz net Bullshit! Sorry! Ich bin grade mit den Kindern ganz woanders! So, jetzt mach ich's aber! So, alles klar! Ach guck mal hier! Wusste ich schon! Was klar, der kh Kylo ist, was ich dann in Übrigen, was ich jetzt hier? So, was ich auch hier nochmal mit den Killen kannst? Was ist das ringsier? oh das wollte ich nicht scheiße was ahhh ich bin tot oh guck mal da da siehste mal ey boah alter was mach ich hier gerade ich bin doch mega aufs Klo gerade so jetzt so das war ganz schön knapp hier oh nein schon wieder tot ja vorsichtig hier ja achso ja ich glaube ich habe alles so juhu naja was kann ich denn erzählen ich bin gerade alleine zuhause meine Eltern sind alle weg mit meinen Brüdern und deswegen kann ich aufnehmen wunderschön wunderschön so weiter geht's oh die Dinger muss ich irgendwie ausmachen wie mach ich das denn irgendwie hmmm so njuu aua das sind stück da will sie sich verarschen genau in dem Moment weißt du alter ohne Witz so nochmal jetzt so 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 wieder kommt schon oh ja genau na das ist es ist mir irgendwie zu offen aus ja man kann dir nicht sicher sein weil sie überall könnten jams sein alter ohne witz das kann ich sagen noch mal jetzt hier einen moment wir machen ganz kurz einen kleinen cut hier ich komme wieder ich habe gedacht ich hätte geklopft deswegen und ja war doch keiner halt wie erwartet oh warte mal ich habe ne idee ja da kommen wir hier lang oh schon wieder hier oh man alles klar was war jetzt sorry dass ich so gesprächlich bin aber ich muss mich halt gerade konzentrieren ich bin halt nicht so ein mensch der sich wer eine sache machen können erzählen kann also klar also ich bin multitasking fähig bin ich mit manchen sachen schon aber jetzt in dem moment gerade nicht das tut mir ein bisschen leid ich habe den falschen weg gewählt so 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 geht auf so Ach, Fehler. Scheiße. So. Außerdem habe ich ja irgendwie auch nichts zu erzählen. Deswegen weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also, ich weiß nicht. Das Level hätten wir auf. Scene clear. Daau. Ey. Leider geplast, leider. So. Aber das Boss-Level hier, das Zeit-Level, das machen wir in der nächsten Folge. Ähm, ja. Weil die letzte Folge war Überlänge und jetzt haben wir nur noch eine Minute. Also, sehen wir uns an der nächsten Folge. Haut rein. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.